Zu dieser Stunde soll man ledig steigen. Schon war aus ihrem Mittagskreis die Sonne dem Stier, die Nacht dem Skorpion gewichen. Drum, wie ein Mensch, der nirgends stehen bleibt, vielmehr des Weges geht, was immer komme, wenn die Notwendigkeit ihn dazu stachelt, so traten wir in jene schmale Gasse hintereinander, auf der Treppe steigend, die durch die Enge uns im Steigen trennte. Und wie das Störchlein seine Flügel lüftet und fliegen möchte und doch nicht den Mut hat, das Nest zu lassen und sie wieder senket, so war mein Wunsch entfacht und gleich erloschen zu fragen. Und ich kam nur bis zur Geste, die der machte, zum Sprechen sich entschlossen. Nicht unterließ es trotz des schnellen Gehens, mein lieber Vater, und er sagte, schieße des Wortes Bogen ab, den du gespannt hast. Da habe ich meinen Mund getrost geöffnet und fragte, wie kann man denn mager werden, dort, wo nach Nahrung kein Bedürfnis bleibt? Wenn du gedächtest, wie einst Meleager sich beim Verbrennen eines Zweigs verzehrte, dann wäre, sprach er, dies dir nicht so schwierig. Und wenn du dächtest, wie bei eurem Zucken, auch euer Bildnis zucken muss im Spiegel, dann würde dir das Dunkel klar erscheinen. Jedoch, damit dein Wunsch zur Ruhe komme, ist Statius bei uns, und ich will ihn bitten, er möge jetzt so deine Wunden heilen. Wenn ich den ewigen Anblick ihm erkläre, gab Statius ihm zur Antwort, anstatt deiner musst du verzeihen, dass ich dies nicht verweigere. Dann fing er an. Mein Sohn, wenn meine Worte dein Geist erfasst und in sich aufgenommen, dann wird das Wie erhellt, nachdem du fragtest. Vollkommnes Blut, das von den durstigen Adern niemals getrunken wird und wie die Speise, die man vom Tisch getragen, übrig bleibt, erhält im Herz für alle Menschen Gliedergestaltungskraft. Und wieder sie zu schaffen, fließt es als solches durch die Adern weiter. Nochmals verdauert kommt es zu der Stelle, von der man schweigt, um dann von dort zu tropfen zu fremdem Blut in ein natürlich Becken. Dort sammelt sich das eine mit dem anderen, eines zu dulden, eins zu schaffen gierig, weil es aus dem vollkommenen Ort gequollen. Wenn sie vereint, beginnt es auch zu wirken, verdichtet sich zuerst, dann gibt es Leben dem, was aus seinem Stoffe sich gebildet. Die Kraft, die wirkt, wird dann zu einer Seele, der Pflanzenseele gleich, von ihr verschieden, weil sie noch unterwegs und jene fertig. Dann wirkt sie so, dass sie sich regt und fühlet, so wie ein Meerschwamm, und dann wird sie fähig, den Samen ihrer Kräfte auszuformen. Nun kann mein Sohn sich jene Kraft entfalten, die aus dem Herzen des Erzeugers strömte, wo alle Glieder vor Natur bereitet. Doch wie sie dann vom Tiere wird zum Kinde, siehst du noch nicht. Und dies ist eine Stelle, an der ein Weiserer als du schon irrte. Er hat in seiner Lehre von der Seele den möglichen Verstand getrennt gehalten, weil er für ihn noch kein Organ gefunden hat. Nun öffne deine Brust der neuen Wahrheit und wisse, dass, sobald die Frucht des Leibes die Form des Hirns vollkommen ausgebildet, da neigt voll Freude sich der erste Reger auf dieses Kunstwerk der Natur und hauchet in sie den neuen Geist mit seinen Kräften, der alles, was er wirkend findet, anzieht zu seinem Wesen und wird eine Seele, die lebt und fühlt und in sich selber kreisert. Und dass dich weniger mein Wort verwundere, schau, wie zum Weine wird die Sonnenwärme, wenn sie sich mit dem Saft der Rebe bindet. Und wenn dann Laches ist den Flachs versponnen, dann löst sie sich vom Fleische, doch behält sie bei sich die menschlichen und göttlichen Kräfte. Verstummt sind alle anderen Fähigkeiten, doch sind Gedächtnis und Verstand und Wille viel schärfer als zuvor in ihrem Wirken. Und ohne Aufenthalt fällt sie von selber ganz wunderbar an eines dieser Ufer und hier erkennt sie erstmals ihre Wege. Sobald sie hier von diesem Raum umgeben, wird sie von der Gestaltungskraft umstrahlet, so wie sie einst in ihren Gliedern lebte. Und wie die Luft, wenn sie recht regenschwanger vom Strahl der Sonne, der sich in ihr spiegelt, sich zeigt im Schmucke der verschiedenen Farben, so bildet sich die Luft, die sich ihr naht, zu jenen Formen, deren Bild ihr präget, mit ihrer Kraft die Seele, die geblieben. Und dann, ganz ebenso wie eine Flamme dem Feuer folgen muss, wohin es wandert, so folgt auch seine neue Form dem Geiste. Und da sie sich nach seinem Aussehen bildet, nennt man sie Schatten und sie zeugt dann wieder aus sich die Sinne alle bis zum Sehen. So kommt es, dass wir reden, dass wir lachen und dass wir weinen müssen auch und seufzen, wie du wohl auf dem Berge hören konntest. Und je nachdem uns die Begierden quälen und andere Leidenschaften, wird der Schatten geformt. Und dieses ist's, was dich verwundert. Schon waren wir zu einer letzten Wendung gelangt und wollten uns zur Rechten kehren und uns erfüllte eine andere Sorge. Hier wirft die Wand aus ihrem Innern Flammen und in dem Kreise weht ein Wind nach oben, der sie zurücktreibt und von dort entfernet. Drum mußten wir am offenen Rande gehen, hintereinander, und auf einer Seite scheut ich den Brand, den Absturz auf der anderen. Mein Führer sprach zu mir, an diesem Orte muß man die Augen streng im Zügel halten, sonst könnte man gar leicht daneben treten. Summe Deus clementiae, hörte ich singen im Innern dieses großen Feuerbrandes, was meinen Sinn nicht weniger auf sich lenkte. Und ich sah Geister durch die Flammen schreiten, weshalb ich schaut auf sie und meine Schritte und meine Blicke zwischen beiden teilte. Und nach dem Ende jenes Lobgesanges klang laut ihr Rufen »Virum non cognosco«, dann sangen sie aufs Neue »Leistenhymnus«. Als er zu Ende riefen sie »Im Walde wohnte Diana und verjagt Helice«, weil sie der Venusgift genossen hatte. Dann sangen sie aufs Neue, riefen Namen von Frauen und Männern aus, die Keusch gewesen, wie Tugend und Gesetz es von uns fordern. Und dies ist, glaube ich, ihre ganze Übung in all der Zeit, die sie im Feuer brennen. Mit solcher Pflege muss und solchen Stoffen sich ihre Wunde endlich wieder schließen. G conséquence GTO Gugend Indurg Gugend